Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bald kommt der schwarze Mann zu dir Mit dem kleinen Hackebeinchen Macht er schabe Fleisch aus dir, du bist raus Schwarze, schwarze, nur ein Weichen Bald kommt der schwarze Mann zu dir Mit dem kleinen Hackebeinchen Macht er schabe Fleisch aus dir Ihr solltet verfluchte Lied nicht singen, habe ich euch gesagt Könnt ihr denn nicht hören? Immer der verfluchte Liede Was, Tee, Was, Tee, nur ein Weichen Ein, von, vier, zwei, zwei, zwei Ich bin hier. Ich bin hier. Ach, fünfzigmal kannst du den Jörn verbieten, das verdammte Mörderlied zu singen. Den ganzen Tag wohnen sie denen in den Ohren. Als ob man nicht schon die Lucht von dem Mörder zu hören kriegte. Mach das doch. Solang man sie singen hört, dann wird man reden. Krasa noctasis. Naja, hast du wieder recht. Da oben in das Vomge. Krasa noctasis. Krasa noctasis. Krasa noctasis. Fahitt das, da oben in das Vomge. Da oben in das Vomge. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Erzie Beckmann Sie sind nicht mitgekommen? Nö, mit uns sind sie nicht mitgekommen! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Elsie! 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 Extra Ausgabe! Extra Ausgabe! Extra Ausgabe! Meine Kerzen, ich wechsel! Extra Ausgabe! Extra Ausgabe! Extra Ausgabe! Extra Ausgabe! 10.000 Mark Belohnung! Ich bin vollständig! Ich bin vollständig! Der so kleine Doktor kann ja keiner lesen! Vorlesen! Der unbekannte Mörd! Der Schrecken unserer Stadt hat ein neues Opfer gefordert! Aus bestimmten Anzeichen geht er vor, dass auch dieser neue Mord von demselben gespenstischen Unhold begangen wurde, dem bereits acht Kinder unserer Stadt zum Opfer gefallen sind. Immer wieder muss nachdrücklich darauf hingewiesen werden, dass es die heiligste Pflicht jeder Mutter, jedes Vaters ist, mehr als je ihre Kinder vor der Gefahr, in der sie ständig schweben, zu warnen. Umso mehr, als es sich um eine Gefahr handelt, die sich ihnen wahrscheinlich in freundlichster Form nähert. Ein paar Süßigkeiten, ein Spielzeug, ein Apfel kann für Erlockung genug sein, um einem Kind zum Verhängnis zu kommen.